Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin E-X, hier an meiner Seite Marvin Hendricks. Und an meiner Seite ist der liebster Mato. Wie geht's dir, alter Kamerad, nach so einer turbulenten Woche? Boah, Digga, die Wahlen waren... Boah, das war krass, was da abging, oder? Oh mein Gott. Was war da los, Mann? Ich weiß gar nicht, wo ich anfange soll. Soll ich bei Macron anfangen, bei Scholz... Hängt ja alles mit dem anderen zusammen. ...Wagenknecht, äh... Boah, Digga, wir müssen irgendwie gucken, dass wir da einen chronologischen Faden reinkriegen. Ich weiß nicht, fangen wir bei 33 an, 45 oder 1492, als Amerika entdeckt wurde. Oder bei letztem Sonntag. Ich würde sagen, willkommen zum Vitamin-X-Wahl-Special. Was war dein Wahlmoment der Woche? Das war unglaublich. Ich hab da gesessen und dachte, das war so lippenbefeuchtend. Ich hab's angeguckt, wirklich wie so ein Thriller, weil da gibt's ja keine 5%-Hürde. Und wir wissen ja, alle guten Parlamente, die was Glorreiches hervorgebracht hatten, hatten keine 5%-Hürde. Nur die Besten der Besten konnten sich da so ins Parlament schmuggeln. Und da gab's einige Legenden, die sich so ein bisschen aufgeraten haben. Alter, das ist so witzig, ne? Diese 96 deutschen Sitze, wie die verteilt sind. Meine Partei, die ich gewählt hab, hat auch zwei Sitze geholt. Welche hast du geholt? Die Partei. EU-Parlament wähle ich immer die Partei. Ich kann, Beach, du kannst mein Video hier einblenden. Ich schick dir das, ich bin mit meinem Stimmzettel gefilmt. Wähle im EU-Parlament immer die Partei. Also es waren ja drei Wahlen, zumindest hier in Stuttgart waren es ja drei Wahlen. Ist das diese Scherzpartei? Die Satirepartei, mit diesem Sonneborn, der dich so verarscht. Das ist schön, dass du dir deine Stimme so verschenkst. Das ist doch. Ja, ob ich die Partei wähle und damit zumindest radikale Mächte verhindere, oder ob ich irgendwelche, also Europaparlament ist ja wirklich nur Beschäftigungstherapie, zumindest aktuell. Das ist ja einfach nur, dass jemand 15.000 im Monat aufs Konto überwiesen kriegt. Und, also Europaparlament ist noch, weil die ganzen Länder ja gerade eh wieder nationalistischer werden, schon so ein bisschen. Nee, aber es ist so oder so schon nutzlos, weil die machen ja keine, die sind ja keine Legislaturfunktion, sondern die sind ja einfach nur, die stimmen zu, nachdem das Gesetz schon verabschiedet wurde. Aber auf die wird nicht gehört. Das habe ich mir auch mal gesehen. Dieses Parlament-Ding ist einfach der absolute Jackpot, wenn man ein bisschen was nebenbei in die eigene Tasche irgendwie scheffeln will. Und dann ist das mega. Dann ist man beamtet, kriegt für immer Rente, hat ausgesorgt, wenn man da einen Sitzplatz hat. Scheiße. Ich weiß noch, vor zwei Jahren oder so wollten wir uns auch dafür kandidieren, aber... Nee, damit wollten wir uns auch dafür kandidieren, dass wir machen sollen. Was? Nee, wir hätten es machen sollen. Wenn wir jetzt im Parlament... Ja, in fünf Jahren nochmal. Ich weiß noch, dass wir das letzte Mal gesagt haben, bei der nächsten Europawahl stellen wir uns auf. Ich habe sogar mit Leuten von der Partei Kontakt gehabt und mir war es auch zu stressig alles, weißt du? Dann bist du so Diplomat, dann wissen die, wo du essen gehst und so. Dann passt alles nicht mehr zusammen, wenn die wissen, wo du bist. Wie jetzt? Okay, wenn du... Das ist ja Diplomaten-Level, wenn du der Abgeordneter bist. Ich glaube, bei dir, die würden dich sofort verhaften. Erst einmal, es ist schön, dass sie Abgeordnete sind, aber ihr Personenschützer hat hier so ein paar bekannte Sachen gesehen. Ciao. Okay. Nee, aber es ist auf jeden Fall eine geile Sache. Und als die dann da die Wahl gemacht haben, es war schon... Also viele sagen, ist das eine Prognose für die Bundestagswahl? Was glaubst du? Also was für den Deucht vom Ballergebnis? Nein, also Jein. Ganz, ganz klares, also vielleicht sogar das klarste Jein der Woche, würde ich sagen. Weil viele Leute beim EU-Parlament anders wählen, als sie das bei der Bundestagswahl tun würden. Tun sie das? Also ich würde bei der Bundestagswahl nicht die Partei wählen, sondern irgendwas, was nicht an der Fünf-Prozent-Hürde scheitert. Weißt du? Und so ging es ja vielen. Also ich kenne zum Beispiel auch viele, die haben Volt gewählt. Wer ist Volt? Diese so eine EU-freundliche Partei. So ein bisschen Mischung aus, weiß ich nicht, FDP und noch irgendwelchen anderen. Einfach so eine EU-freundliche Partei und die macht ja nur Sinn zu wählen, A, wenn man denkt, die knackt die Fünf-Prozent-Hürde nicht, weil die so zwei, drei, die hat aber jetzt sechs gekriegt. Die hätte aber, wenn man quasi von der Fünf-Prozent-Hürde ausgeht, viele nicht gecatcht. Oder Leute wählen Tierschutzpartei, weil sie so einen Hamster haben, der Diabetes hat. Also Tierschutzpartei hatte, glaube ich, so viel wie die Linke. Die Linke ist komplett abgestürzt. 1,6 Prozent. Weil die Wagenknecht die Stimmen halt geholt hat. Die Linke ist quasi, das ist schon krass, das ist quasi so, als würde, wen könnte man als Beispiel nehmen? Jolz. Nee. So eine Mannschaft, die so, stell dir eine Mannschaft vor, die von einem Spieler schon so ein bisschen, guck mal, das ist so, als würde. Lionel Messi. Das ist so, als würde Florian Wirtz bei Leverkusen jetzt rausgehen bei Leverkusen und in Leverkusen so einen eigenen Verein gründen, mäßig. Und, weißt du, der beste Spieler geht raus und sagt, ey, kommt alle zu mir. Schon krass. Krass. Ja, ich finde es auf jeden Fall, ich war auf jeden Fall heftig. Ich war wirklich geschockt, also wie geschockt die Leute sind, dass sie alle nicht fassen konnten, wie krass diese Rechten da abrasiert haben. Es war unglaublich. In Deutschland zum Glück ging es noch, 16 Prozent, glaube ich, aber in anderen Ländern haben die schon krass abrasiert. In Deutschland hätten sie nicht diese ganze Scheiße gemacht, wodurch die viele normale Leute gedacht haben, oh shit, diese Verschwörer will ich nicht. Die sind ja von 25 auf 16 runtergekracht. Die Prognosen zwei Monate vorher, dachte man, oh shit. Man dachte, dass sie richtig abrasieren. Und sie haben natürlich mehr geholt als Grüne und SPD und so. Aber konnten verhältnismäßig, finde ich, mit 16 Prozent noch irgendwo im Schach gehalten werden. Krass. Und wo ist CDU? CDU hat auch 16 Prozent, ne? 30. CDU hat 30 Prozent. Komplett die Szene abrasiert. Wow. CDU und CSU in Summe haben 30 Prozent geholt. Ah, in Summe. Okay. Ja, aber es ist ja eine Partei. Also die haben 30 Prozent in Deutschland geholt, ja. Wow. Krass. Ja, das heißt, das würde trotzdem nicht reichen. Das heißt, sie haben keinen einen Koalitions-Wieder-So-Drei-Ampel-Scheiße. Hä, weißt du, wie Europaparlament läuft? Nee. Ach, Dicker. Das ist ja eh nix. Das ist ja nur Spaß. Oder? Ich denke, das ist gar keine Ahnung, ne, vom Europaparlament. Das ist wirklich gar keine Ahnung, Dicker. Ja, weil die Kommission hat ja dieses Melden. Na, aber die Kommission hat dieses Melden. Das ist schon krass, wie jemand, der sich in einem Thema so krass auskommt. Europa. Das ist aber sinnbildlich für Europa, dass nicht mal der Kabinett weiß, was da abgeht. Nee, guck mal, die von der Leyen muss quasi bestätigt werden. Erstmal, die wird vorgeschlagen, muss dann bestätigt werden. Und sollten die Stimmen nicht ausreichen von diesen ganzen bürgerlichen, muss sie entweder nach links und muss die linken und die grünen Fraktionen und so. Also quasi alle Grünen europaweit sind eine grüne Fraktion oder alle Christdemokraten werden zur EVP. Das ist die größte Fraktion im Parlament. Da ist der Manfred Weber von der CSU auch Vorsitzender. Und der entspringt ja auch die von der Leyen, Nachfolgerin vom Juncker. Und die würde gerne für eine zweite Amtszeit vorgeschlagen werden. Und das Ding ist aber, der Vorschlag kommt quasi von den Landesschefs. Weißt du? Die Landesschefs müssen, also die Regierungen, Scholz und so weiter, müssen quasi unter sich ausmachen. Hey, wir schlagen gemeinsam, keine Ahnung, von der Leyen vor. Und dann muss aber das Parlament abstimmen. Weißt du? Kommission, Regierungschefs sagen, wir schlagen die vor. Und sollte die dann aber vom Parlament nicht gewählt werden, müssen sie die nächste vorschlagen, bis die gewählt wird. Das heißt, die Regierungschefs schlagen vor. Und deswegen hat es gleich so einen Doppel-Effekt, dass sie mir diese Meloni so liebäugelt. Weißt du? Diese Georgia Meloni, diese ultrarechte Italienerin. Diese Model da. Und die macht gerade einen auf EU-freundlich. Weil die von der Leyen hilft ihr so ein bisschen in Flüchtlingssachen und so weiter. Und im Gegenzug munkelt man, könnte sie ihr helfen, mit rechten Stimmen eine Mehrheit zu kriegen. Weil die Grünen und die SPD, also übersetzt, die Sozialdemokraten und die Grünen im EU-Parlament, vermeintlich nicht die von der Leyen unterstützen könnten. Shady. Shady. Das ist Shady. Ja, und die FDP, die Strack-Zimmermann, ist ja quasi die Spitzenkandidatin. Das heißt, die Strack-Zimmermann wird jetzt quasi vom Bundestag, das ist ja immer der Klassiker, wenn jemand so sehr nervt, wird er recycelt nach Europa. Das ist wie so Frührente. Also, das heißt, die Strack-Zimmermann geht jetzt da hin. Aber es könnte auch gut sein, dass die dann in Europa vielleicht eine Rolle kriegt. Je nachdem, das wird ja jetzt alles noch gewürfelt. Wo sie dann wiederum für europäische Rüstung verantwortlich ist. Weißt du, gemeinsame europäische Rüstung, europäische NATO-mäßig. Krass, ich muss mir richtig sorgen. Weil das war richtig heftig, Mann. Ich wollte unbedingt dieses Europaparlament, Alter. Das fängt mich gerade betrieben ab, dass man das verpeilt hat, Alter. Einfach ein paar TikToks hochladen. Leute, wählt uns die Salim-Samato-Partei. SS-Partei wählt mich. Ich denke, du wirst am gleichen Tag noch vom Algorithmus gesperrt. Aber diese Initialen sind auch wirklich zu knieflich. Zu knieflich. Das ist ja echt jählig. Es scheint auch geil, wie die danach alle so schockiert waren. Die Grünen, so wie Ricarda Lang danach. So ein Statement gemacht. Weil die haben ja, glaube ich, fünf... Ein Statement beim Essen. Die hat wirklich ein Statement gemacht. Die hat wirklich mit offenem Mund gerichtet. So, das ist nicht gut. Wir haben viel zu viel verloren. Aber wisst ihr, wo ich nichts verloren habe? Auf meinem Teller, da wird nichts verloren. Ja, da habe ich sogar noch richtig mehr zugelegt. Also, so schlimm. Man sagt, das ist ein Kuchendiagramm bei diesen Wahldingern? Oder ist es ein anderer Kuch? Genau, das ist ein Kuchendiagramm, die so... Wer hat denn das große Stück? Warum kriegt die AfD das große Stück Pitzler? Das ist keine Pizza mehr. Das ist ein Diagramm. Ah, da kann ich das dann auch essen. Ist das Schlumpfgeschmack? Nein, das ist die AfD. Schlumpfgeschmack. Ich hätte es nicht gemacht. Schlumpfgeschmack. Aber deswegen macht es wieder Sinn mit dieser Meloni, weißt du? Die kommt eher in dieses Schlumpfgeschmack. Ah, die Meloni ist sexy, Mann. Ich weiß nicht, was genau bei der Geburt falsch läuft, wenn man so eine rechte Demagoge in Sexy finden kann. Ach, ich höre das doch eh alles ohne Ton. Ohne Ton? Ja, du hörst wirklich Sachen ohne Ton. Ich höre immer ohne Ton. Das ist so krank, dass der die Sachen immer ohne Ton hat. Würdest du mal mit Ton die Sachen, dann würdest du mal checken, was die für eine rechte Propaganda daraus hat. Ich habe mir letztes Mal ein paar Reden von ihr angehört. Und ganz ehrlich, also, ich finde das nicht so extrem. Also, kein Wort Italienisch. Jetzt, daran liegt es wahrscheinlich, aber das klang ein guter Ton. Die war so, Parini, Caffini, Ausländer Abschibi, Abschibi, Ratti, Ratti, Negro, Vekiki, Vekiki, Ertrinkini, Ertrinkini. Ich war so, oh, ich war so. Dicke, Ertrinkini. Dicke, du kannst doch nicht. Flüchtlinge, Ertrinkini. Negro, Ertrinkini. Als wäre das so, weiß ich, ein Cocktail oder sowas. Und damit kommen wir zum Werbepartner der Woche. Vitamin X, Werbung. Also, jetzt beginnt bald die EM. Es wird sehr viel gejubelt, gehüpft, geschwitzt. Und das Schlimme ist beim Schwitzen, jeder von euch verliert viel zu viele Mineralien, die man auf jeden Fall wieder nachladen muss. Und am besten hilft mir dabei Holy, der Sponsor der heutigen Folge. Hey, Salim, was du meinst, ist, glaube ich, Holy Hydration. Nochmal kurz zusammengefasst für die Hörer, was ist nochmal Hydration? Absolut, das ist ganz wichtig, weil wir sind laufende Ozeane. Es ist ganz wichtig, dass unsere Mineralien dafür sorgen, dass Wasser in die Zellen geht und aus den Zellen der Austausch, der ganze Osmose-Austausch, funktioniert über Elektrolyte. Und dank Holy Hydration habe ich diese jetzt jeden Tag und Wasser schmeckt nicht mehr so fahl. Und jetzt hat das einen Geschmack und ist besser für Hydration. Aber du bist ja ein wahrer Energy-Junkie. Genau, und der zweite Baustein, ihr habt es ja in der anderen Folge schon mal gesehen, Holy Energy mit New Calf, quasi die gute Alternative zu den herkömmlichen Energy-Drinks. Und es gibt noch den dritten Baustein, hier für deine ganzen Kumpels in Bad Kreuznach, die immer diese, ich nenne jetzt keinen Markennamen, aber diese zuckerhaltigen Energy-Drinks trinken oder Eistee und dieses ganze Zeug wegschlürfen. Und für die gibt es Holy Ice-Tee. Und diese drei kennt ihr bereits, weil zusammen mit dem freshen Shaker hier von Holy ist das das Starter-Set-Deluxe. Das haben wir in einer anderen Folge beworben. Aber heute haben wir was ganz Besonderes dabei, oder? Für alle, die genug Energie brauchen während der EM. Richtig, und die auch gerne viele Cocktails schlürfen. Und deswegen sind wir stolz, Holys neueste Kreation zu präsentieren, und zwar die Cocktail-inspirierten Energy-Drinks. Da-da-da! Weltpremiere von den drei besten Cocktail-Geschmeckern. Aber gesünd, ohne Zucker. Alkoholfrei. Alkoholfrei, halal und super, super gesünd. Und zwar haben wir hier drei Stück. Der erste... Einmal, die Caipirinha Crab, die haben wir schon getrunken die letzten Tage. Super lecker. Was wir hier noch haben, Mojito Macau, Mojito angehaucht, und wir haben hier den Daikiri-Dolphin-Erdbeer-Geschmack. Jeder, der Frozen Daikiri kennt, hier ist die gesunde Variante ohne Alkohol. Und das sind die Cocktail-inspirierten Flavors. Das alles findet ihr auf weareholy.com und wenn unsere Zuhörer das jetzt auch wollen, Salim, was können wir denen mit an die Hand geben? Und zwar haben wir was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Ein besonderes Starter-Set Deluxe. Genau, das Starter-Set Deluxe könnt ihr holen. Ihr könnt aber auch die beiden holen. Also es ist euch so ein bisschen offengelegt. Ihr könnt euch auch beide holen mit dem Code VITAMIN5. Gibt es 5 Euro Rabatt auf die erste Bestellung unter weareholy.com slash vitamin X. Den Link findet ihr bei den Shownotes hier unten bei Spotify, YouTube, Apple, Amazon. Wie die alle heißen, einfach hier unten draufklicken. VITAMIN5 ist der Code. Und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge. VITAMINX Werbung Ende. Boah, Digga, das war die schlimmste Einladung, die Werbung für so ein geiles Produkt. Das stimmt. Ihr übrigens Etringini, 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 Afriquini, Atringini. So, das war ihr Wahlprogramm. Africano, Atringini, Etringini. Das hat sie, glaube ich, gesagt. Und wie gesagt, ich mag einfach Italienisch, ich liebe es, wie sie da redet und so, wie sie immer so mit diesen Hemden so fuchtelt. Ich mag das, ich feiere das übertrieben. Und auf jeden Fall, der Macron, da wollte ich auch noch drauf. Ah, der hat ja vier Promille bekommen. Selbst Ricardo Lang mit so drei Chips-Tüten. Nee, der war, glaube ich, bei 14 Prozent. 14 Prozent. Was? 14 Prozent. Ist immer geil, wenn man diese vier Promille von dir und dann die echt, der hat 14 Prozent gekriegt. Promille, vier Promille. Und das hat das Parlament aufgelöst. Großfreie Cocktails hat er getrunken an dem Abend. Ja, aber man muss eine Sache verstehen, das was bieter ist. In Deutschland ist das ja so, man wählt die Partei. So wie ich. Die Partei. Richtig. Plus man wählt... Für LSD im Trinkwasser. Genau. Und man wählt eine Partei und die Partei stellt den Kanzler oder was auch immer. Aber in... Den Künstler. Frankreich sind das zwei getrennte Sachen. Du wählst einmal die Partei fürs Parlament und dann willst du separat den Präsidenten. Das sind zwei verschiedene Wahlen. So ähnlich wie im Europaparlament ja auch. Richtig. Das heißt, der Präsident ist dann verantwortlich für Außenpolitik und so und das Parlament kann dann sich so ein bisschen streiten. Das heißt, dass er jetzt diese Auflösung des Parlaments beauftragt, hat nicht direkt eine Konsequenz auf seinen... Ja, weil der noch zwei Jahre im Sattel sitzt. Ja, aber es hat schon eine Konsequenz, wenn er keine Mehrheiten mehr hat. Aber ich finde es eigentlich von ihm gar nicht so unclever, weil er kann so seinen eigenen Arsch ein bisschen retten und es ist auch so ein bisschen Stimmungstest. Aber worauf der spekuliert, wenn du mich fragst, ist genau das, was ich eben schon versucht habe zu erklären, dass die Leute bei Europa... Bist du noch da gebrillen? Nein, du bist bei Europa? Guck mal, bei Europa habe ich ja eben die Prognose aufgestellt, Leute wählen da vielleicht anders wegen der 5%-Hürde oder nehmen es nicht so ernst oder gehen nicht wählen, bla bla bla. Mannigfaltige Gründe, warum man anders wählt oder gar nicht wählt. Und darauf spekuliert der Macron. Der denkt sich, ey, bei Europa, was ja eh ein Thema ist, also gerade die extremeren Kräfte sind vielleicht eher ein bisschen europafeindlich, die demokratischen Kräfte der Mitte sind eher für ein geschlossenes Europa, die Außenparteien sind eher gegen Europa, weniger Europa, mehr Nationalstaat, jeder ist Land für sich. Wenn es jetzt aber um den, nicht um Europa geht, wo man ja tendenziell eher ablehnt, sondern um den Nationalstaat, pokert der Macron darauf, ja, liberal, dass die Leute, viele von denen, die bei Europa anders gewählt haben, für Le Pen und diese ganzen Rechten da, dass sie wieder für ihn wählen. Das ist quasi sein, ich will jetzt an die Leute appellieren, ey, okay, ihr habt eine Spaßwahl gemacht, jetzt die richtige Wahl, bekennt euch, seid ihr für Fremdenfeindlichkeit, seid ihr für Schwulenhass, seid ihr für Abschiebung, diese ganzen ekelhaften Dinge, oder seid ihr göstlich? Seid ihr göstlich? Nein, nein, der wird die Klatsche seines Lebens bekommen. Glaube ich nicht. Weil der hat so viel. Ich glaube, es wird nicht so krank, also Europawahl war ja bei ihm komplett Klatsche, 35, 14 oder so, der wurde ja komplett von allen Seiten. Weil in Deutschland hat ja wirklich die CDU die Wahl gewonnen, aber das musst du dir so vorstellen, in da, als wäre quasi die CDU auch in diesem Haifischbecken mit SPD-Grüne, wo die gerade rumschwimmen, und die AfD hätte die Wahl gewonnen in Frankreich. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Wenn das in Deutschland wäre, würde ich wirklich auswandern, Alter. Ich würde auch auswandern, ich würde sofort ein Trinkini machen, aber ich bin wirklich komplett schockiert, ich kann es gar nicht verstehen, wie die Leute so wählen können, ich bin komplett schockiert, weil es läuft ja alles durch. In Deutschland, wie gesagt, hat die AfD ja nicht gewonnen, die haben kaum Stimmen gekriegt. 16 Prozent, das heißt 84 Prozent der Deutschen sind keine Nazis, gebe ich dir. Diese Bündnis Sarah-Wagenknecht ist nur in Verschwendung. Wenn die... Ich sage dir, die Wagenknecht, dass die jetzt aus dem Stand sechs Prozent geholt hat, weil alle reden immer über die AfD, die AfD ist mit 16 Prozent dafür, dass sie wirklich drei Jahre lang mit Verschwörungstheorien, das ist eine Lüge, das stimmt alles nicht, irgendwelchen Fake-Videos und so, drei Jahre Vollgas gegeben haben und nur 16 Prozent holen, das ist eigentlich wie eine Klatsche, weil die haben wirklich alles getan, um die Gesellschaft zu spalten, wirklich alles. Russen eingekauft, den geholt, das gemacht, die Lügen verbreitet. Die haben alles gemacht, was man machen kann und haben nur diese 16 Prozent geholt und dann im Vergleich, finde ich, die Wagenknecht, die hat im halben Jahr am Start eine Pressekonferenz gegeben, warte, die holt aus dem Stand mit einer neuen Partei, die sogar nach ihr benannt ist, sechs Prozent. Also meine Prognose, bis zur Bundestagswahl sind die gleich auf. Aber das ist doch normal, Sarah Wagenknecht ist eine der berühmtesten Politikerinnen Deutschlands, die ist ja so Schröder-Level, so Merkel. Aber die ist halt keine, die ist zwar auch Anti-Establishment, aber sie ist keine so rechte Hetzerin und deswegen können auch normale Leute die wählen. Deswegen hat die, die hat ein viel größeres Wählerpotenzial als die AfD. AfD hat ein Wählerpotenzial von wahrscheinlich 25 Prozent und da war sie auch mal kurz in den Umfragen und jetzt wieder runtergekracht, weil ein normaler Mensch wählt die ja nicht. Da musst du schon so mit dem Rücken zur Wand stehen, ja, der Staat hat mein Kind, mein Haus, alles beschlagnahmt. Oder muss halt auch Videos reingefallen sein mit irgendwelchen Chemtrails oder vielleicht so viel gekifft oder so. Aber Wagenknecht kann ja auch einen normalen Bürger, so einen ganz normalen Typ, der so Bücherei arbeitet, vorher bei den Linken war, SPD war, vielleicht kurz mal Grüne, bis er gecheckt hat, dass die auch ein bisschen zu drüber sind mit ihrem ganzen Verboten. Guckt er so, ja, das ist ein bisschen Russland-nach, ist der einzige Nachteil. Aber ansonsten passt es doch. So denkt ein normaler Bürger. Und dann wählt er vielleicht BSW. Also ich habe mit Leuten, die eigentlich nie links gewählt haben, geredet, die gesagt haben, ey, ich überlege Wagenknecht zu wählen, wenn sie nicht diese Putin-Verschwörung erzählen würde. Das ist so der einzige Punkt bei vielen, mit denen ich rede, wo sie sagen, kann ich nicht machen, weil das ist so AfD-Talk. Sonst würden viel mehr Leute noch Wagenknecht wählen. Die hat mehr geholt als die FDP. Die FDP hat auf jeden Fall voll Linien Deutsch, das war Jedi. Ich habe mit vielen Leuten geredet, die die gewählt haben und die meinten auch, hey, Alter, ich habe die noch nie gewählt, Alter, ich weiß gar nicht, warum du mich als die, die gewählt haben, bezeichnest. Und das hatten die richtig, richtig aufgeregt. Und das Krasseste war dann, als ich dann mit denen geredet habe, habe ich gesagt, ey, warum hast du das Kreuzchen bei Bündnis Wagenknecht gemacht? Und der meinte so, stabil, die Frau, stabil. Stabil. Wagenknecht? Ja, schon stabil. Boah, kennst du die Story der Wagenknecht eigentlich, was bei dir abging? Wusstest du, dass sie halb Iranerin ist? Halb Iranerin, halb Elsi. Unglaublich. Ich habe diesen, diesen, äh, Jena, Gera, eine von diesen Städten, ich glaube, Gera oder so, aufgewachsen. Jetzt ist sie sofort gewählt. Die DDR. Sie ist wirklich eine ganz tolle Frau. Nee, aber das Krasse, das Krasse bei ihr war ja, ihr Vater hat in West-Berlin studiert, ihre Mutter hat in Ost-Berlin gelebt und er durfte ja immer nur tagsüber rüber, du musst ja abends zurück, ich kenne auch so Storys aus meiner Family, weißt du? Dann die, gezeugt, Wagenknecht und dann wollte er aber wieder zurück in Iran, der wollte eigentlich nur rübergehend studieren und ist dann gegangen und er war aber ein Revolucer, das heißt er, der Iraner, ist damals gegen den Schah, also den damals iranischen Dings, in den, weiß ich nicht, 70ern oder so auf die Straße gegangen, so. Und hat den Ayatollah heraufbesporen. Nee, der ist gegen den Schah, also quasi gegen Frauenhass, gegen Extremismus, er war ein Linker, ihr Vater, ein Linker Iraner, der in Berlin gegen den Schah auf die Straße gegangen ist und aus dieser Bewegung ist ja damals auch diese 68er-Bewegung entstanden, der Schah in Berlin zu Besuch war. Berlin, du wächst eine Sache. Was denn? Der Schah, der war ja der, wo Strippen erlaubt hat, Ein-Dollar-Noten wurden offiziell in Iran erlaubt, wir dürfen alle strippen, who let the dogs out? Der Schah war genau, der war doch der Verbündete vom Dings. Von Amis, der das Öl für drei Groschen rausgehauen hat, aber dafür Strip-Clubs. Who let the dogs out? Ja, aber auch Menschenrechtsverletzung. Who let the dogs out? So, und dann der, was danach kam, war das, was wir jetzt haben. Ayatollah Khomeini, der gesagt hat, du machst unser Land, Schatz, abzocken. Gedi. Dann haben wir den geputscht und dann war der Schah weg. Dann kam, dann kam dieses, da hat doch der Ayatollah gesungen. Don't you, if your girlfriend rolls over. Don't you, don't you, don't you. Und das wollte Sagenknechtsvater, sagst du? Ne, Sagenknechtsvater ist gegen Menschenrechtsverletzung im Iran damals auf die Straße gegangen, hat sich dann, das war daraus ja diese 68er-Bewegung, das war das erste Mal, dass die ganzen Studenten auf die Straße gegangen sind. Wo wurde er jetzt, der Vater? Der Vater ist dann, als sie so ein paar Jahre alt war, wieder zurück in Iran, weil die Studie beendet war, kam nie wieder zurück und in ihrer Forschung, das hat sie mal in irgendeinem Interview erzählt, war das so, ja mein Papa, ich ist im Iran, der ist weg und sie hat sich immer nach diesem Papa verzehrt, der ein Revoluzzer war und dann war sie auch so in diesem, ja wir müssen so Kommunisten sein und dann hat sich das aber gewandelt und nach der, nach der Wende war sie was? Die Verfechterin des Kommunismus in Westdeutschland. Krass. PDS, weißt du, die war mit Gizi und so in der Partei, der Gizi hat sie damals unterdrückt, dann hat sie sich irgendwie da durchgewurschtelt, war dann so eine linke Ikone, weil der Gizi sie nicht wollte und die war immer schon, was ich damit sagen wollte, immer quasi Anti-Establishment, die war immer gegen das, was alle denken und das ihr Erfolgsrezept geblieben. Gutes Rezept, gute Rezept, gute Rezept und das ist krass auch, wo Zelensky seine Rede gehalten hat im Bundestag, da war sie einfach nicht da, sie und AfD waren beide nicht anwesend, das war krass, die haben uns einfach boykottiert, weil Zelensky ist ja unser Held der Nation, der ist ja Martin Luther King in richtig krass, das ist ja Gandhi, Mohamed Ali, Floyd Mayweather, Jake Paul und Logan Paul in einer Person, weißt du, das ist krass und er kam da hin und er hat diese Energy Rings von diesem Paul-Typen und wie Gönner nicht fragt wird. Ja, ja, komplett leuchtest im Dunkeln und er hat ja seine Rede im Bundestag gehalten, wo er gesagt hat, danke für Geld, mehr Geld bitte, Kredit, Kredit, Kredit und dann war Wagenknecht nicht da und AfD war auch nicht da, deswegen denke ich mir, wenn Wagenknecht zur AfD gehen würde, ist er eine Abrase. Nein, er macht sie aber nicht. Abrase. Die ist dafür zu links. Guck mal, der einzige Grund, warum Wagenknecht Russland nah ist, ist dieses komplett kommunistisch indoktriniert, weil sie halt dieses PDS-Ossi-Linken-Ding halt so tief drin hat, die hat ja auch damals Stalin verteidigt. Die hatte den ersten Shitstorm, glaube ich, der Politikgeschichte so in den 90ern oder so, wo sie Stalin verteidigt hat, der so dufte war. So wie die AfD, wenn sie sagt, Hitler war dufte, weißt du, was ich meine? Was habt ihr denn mit Stalin? Der ist dufte. Der hat dafür gesorgt, dass die Autobahnen viel leerer sind. Hallo, Leute? Hört mich, lasst mich ausreden. Nee, aber dass der Makroff verschissen hat, war klar, Alter, du kannst ja keine Truppen gegen Russland entsenden und die Franzosen wollen ja nur ihre Rente und Croissants schlürfen, Alter. Die sitzen da, ich möchte nur meine Rente erhöhen. Aber Croissants schlürfen ist doch die einzige Option, wie man im Alter noch Croissant essen kann ohne Zähne, ne? Ich sag ja, die wollen nur ihre Croissants schlürfen und die Rente kassieren und mit 44 in Rente gehen. Das ist ja das, was die Franzosen wollen. Und wenn die dann auf einmal so was hören, wie, möchtest du dich mit einem nuklearen Superpower anlegen? Das ist so blöd. Ich wähle die, die das nicht wollen. Das ist ja so einfach, jetzt Opposition zu sein. Ich will jetzt so easy. Ja, ich würde gerade sagen, genau, aber das ist ja auch das, wo sich dann die Spreu vom Weizen trennt. Wer ist ein guter Mensch und wer ist ein schlechter Mensch? Weil du kannst mit, als schlechter Mensch oder du kannst als Demagoge mit einfachen Mitteln, kannst du die Leute manipulieren. Es gibt alle Fischen, alle Fischen. Fischen, Fischen, Fischen. Das war halt heftig, das war wirklich greif, aber ich war auf jeden Fall schockiert bei der Wahl. Habe ich definitiv schon so ein bisschen wachgerüttelt, dass ich auf jeden Fall Was hast du eigentlich gewählt? Ich wollte unbedingt ins EU-Parlament selber, aber es ist halt so schwer, diese Formulare ausfüllen und sowas. Aber, Alter, ich hätte es schaffen können. Hast du jemals bei einer Europawahl gewählt, jetzt mach doch das jetzt. Ich wusste nicht mal, dass es die Wahl ist, ehrlich gesagt. Erst als ich danach das Diagramm gesehen habe, habe ich so ein Video, ich habe mir ein Statement dazu hochgeladen, das war ja auch sehr wichtig, das war ein Appell an die Jugend und an alle, dass man zur Psydum kommen soll und habe es ja hochgeladen. Gibt es in der Schweiz überhaupt eine Europawahl? Digga, du weißt doch sogar nicht. Sind die überhaupt in der Europa? Ich weiß gar nicht. Du bist ja ein Crack. Natürlich sind die nicht in der EU, Alter. Aber irgendwas habe ich doch gewählt. Ich glaube, das war eine Dönerbestellung, was ich gemacht habe. Ziegenkäse. Die haben so neue Wahlautomaten, Wahlomaten, wo du dann so selber zusammenstellen kannst, deinen Burger gewählt. Aber guck mal, Wahlomat ist eh der größte Betrug. Egal, was du angibst, alle Parteien haben so über 70% Übereinstimmung. Weißt du, weil die ist alles, die Wahlomat-Fragen ist immer so, dass du eigentlich anhand von Wahlomaten nicht entscheiden dürftest. Bei mir waren wirklich nur so Crack-Parteien oben. Ja, bei mir war es auch das Schlimmste. Graue Panther, irgendeine Rentnerpartei, was wollen die von mir? Ich habe keine 70, Alter. Vor allem die Fragen, die die stellen. Ist es ihnen wichtig zu leben? Äh, ja, Taliban ist für sie gut. Entschuldigen Sie, ich glaube, der Automat ist kaputt. Nein, Habibi, ist ja richtig für dich. Komm her. Ey, ich war schockiert, Alter. Ich war in der Schweiz, war ich wählen auch. Warte, du warst doch... Ich weiß gar nicht, das stimmt, Alter. Ist das nicht früh? Kann man das online machen? Nee, muss hingehen in so ein Büro, ne? Ja, ich war hier in Stuttgart in so einer Schule einfach. Was? Bei mir ist das ewig gedauert. Bei mir war nur so Omis. Ja, können Sie mir helfen? Ich muss... Wo kreuze ich denn die NSDAP und der Führer? Wen kommt der zurück? Äh, entschuldigen Sie, man, da müssen Sie ganz rechts das Kreuzchen machen. Daher steht aber nichts. Geben Sie mir einfach in Ihre Tasche. Weil Sie haben noch eine Gebühr von 200 Euro für das Wählen. Alter, was die... Das ist wirklich dieses Wahlbüros, Alter. Boah, Dinger, da stehst du da an. Schockierend, ne? Das ist da drauf unsere Demokratie. Dann fragen dich mal irgendwelche Omas, was soll ich denn heute wählen? Da sage ich, die Partei, Oma, komm schon. Ich verstehe nicht, warum man sowas wählt. Wie gesagt, ich würde das sonst nie machen und es waren ja auch drei Wahlen. Also in Stuttgart, ich habe drei Sachen wählen können, wählen können. Nämlich einmal den Stuttgarter Gemeinderat. Da kannst du so die Stimmen verteilen. Da habe ich nur Leute gewählt, die ich kenne. Aber über alle Parteien durch einfach nur Personenwahl, wenn du halt feierst. Und dann konntest du noch wählen hier für die Fraktionen. Da wählst du quasi nur eine Partei und dann konntest du noch Europawahl. Also Europawahl ist schon so die einzige Wahl, wo man, glaube ich, was Kleines wählen sollte. Ich wäre, fuck, Mann. Ich wäre so gern dabei gewesen, Alter. Europa-Wahl ist auch die einzige Wahl, sage ich mal, wo du, wenn du nicht wählen gehst, die nicht komplett fix. Wenn du bei der Bundestagswahl nicht wählen gehst, unterstützt dir immer Extremisten mit deinem Nicht-Wählen. Alter, die Tierschutzpartei, da hätte ich locker Spitzenkandidat sein können. Es ist wichtig, dass wir unsere Tiere schützen. Dann sitze ich doch. So, mal gucken, welche Parteien im Europaparlament gelandet sind. Lass dir den Arsch ab. Ja, Mann. Und welche ich hier hingegangen wäre, Tierschutzpartei hätte ich gerne mitgenommen. Oh, Mann, Alter. Wie mich das aufregt, dass ich darauf nicht gekommen bin, Alter. Dass Leute wirklich so einen Scheiß wählen. Oh, Mann. Jetzt könnte ich das schön in Brüssel. Wo ist es? Brüssel oder Luxemburg? Wo ist denn das? Wo ist denn das? Gebetet? Wo ist ihr Parlament? Das ist in Luxemburg. Das Parlament ist in Brüssel, Luxemburg ist der Rechnungshof. Das heißt, ich wäre gar nicht in Luxemburg. Nee, in Straßburg ist das Parlament. Die Kommission ist in Brüssel und in Luxemburg ist der Rechnungshof. So rum, glaube ich. Wo wäre man, wenn ich bei der Partei gehe? Straßburg, Brüssel, abwechselnd. Und ab und zu in Luxemburg. Das ist doch voll die Kakerlakenstädte, Alter. Luxemburg ist geil. Das ist die einzige Geile. Ja, aber Luxemburg ist nur ab und zu. Nur Rechnungshof. Da lässt sich halt in so ein Finanzding delegieren. Ah, kann ich mich dahin delegieren lassen? Du, weiß ich jetzt nicht. Soll ich mal die Sitze sagen? Also Deutschland, 96 Sitze. Also von 720 Sitzen im Gesamtparlament hat Deutschland 96. Deutschland am meisten wahrscheinlich, ne? Ja, ja. Deswegen wollen ja nicht in die Türkei reinkommen, weil die hätte 99 Sitze. Die werden Türkei die größte Macht. Deswegen wollen die Türkei nicht reinlassen. Das ist ja einer der Hauptgründe, wenn du Türkei reinlässt, weil es bei diesen kleinen irgendwelchen Albaniens, dann kommt so ein Typ, weißt du, bringt deinen Adler mit, dann war es das. Aber wenn du die Türken reinlässt, Digga, das ist... Weil die würden ja auch den ganzen Proporz ficken, weißt du, mit ihren konservativen Mächten. Auf einmal sind dann die Rechten die stärksten Kräfte. Du darfst nicht vergessen, jedes Land, was du reinlässt, du absorbierst ja deren politisches Gefüge. Das heißt, wenn du ein Land nimmst, was nur Linke hat, wird die linke Fraktion in Europa größer. Ein Land mit eher rechten Ungarn oder so, wird das rechte Spektrum größer. Das heißt, du musst doch immer gucken... Das wissen die Parteien. Also pass auf, von den 96 Deutschen sitzen die meisten CDU, die OCSU 30%, 29 Sitze. Platz 2, 15,9% die AfD 15 Sitze. Platz 3, SPD 14 Sitze, ein wenig als die AfD. Platz 4, 12 Sitze, die Grünen mit 12% der Stimmen. Skandal. Aber damit der größte Verlierer, dem 9 Sitze verloren. Skandal. In vor 21. Ja, da fehlen noch 12, die die verlieren müssen. Dann Bündnis Sager-Wagenknecht, 6%, 6 Sitze. Also 1% reicht für den Sitz ungefähr. FDP, 5%, 5 Sitze. Freie Wähler, 3%, 1 Sitz. Die Linke, ah ne, 3 Sitze, 3%, sorry, Freie Wähler. Dann Linke, 3%, 3 Sitze. Der Rest hat die Wagenknecht gesnackt. Dann Volt, 3 Sitze, 2,6%. Die Partei, 2 Sitze. Hat 1 Sitz sogar gewonnen, die sind zu zweit. Vorher nur einer. Tierschutzpartei, 1%, 1 Sitz. Familienpartei, 1%, 1 Sitz. ÖDP, 1% 1 Sitz. PDF, PDF, glaube ich, nur ein Dateiformat, was sich durchgeschafft hat. 1%, 1 Sitz. Was ist PDF? Google mal bitte, was es ist. Warte, PDF, was ist es? Partei des Fortschritts. Warum geht es da? Die Partei des Fortschritts an den 2020 in Köln kreiert eine politische Kleinpartei in Deutschland. Ihre weltanschaulichen Wurzeln sind die demokratischen Ideale Wo ist es? Boah, Alter. Ich habe auch weitergeklickt, dann kommt so ein Riesentext. Realer, das Grundgesetz und realer Pragmatismus. Nie gehört das. Alter, so einfach hätte man das kriegen können. Wir haben 300 Mitglieder nur. Digga, wenn wir mit Vitae mit X eine Partei machen würden, Fuck, ne? 300 Mitglieder, Digga, das hätten wir locker geschafft. Ne, es geht ja schon um die Mitglieder. Es geht ja darum, wie viele sich wählen, oder? Aber viele haben die gewählt. Kann man die Zahl sehen, wie viele Leute das Kreuz bei denen gemacht haben? Dass wir so absolute Zahlen haben? 0,6% der Stimmen. Du weißt doch, dass 64 Millionen Leute gewählt haben. Dann haben 500.000, 400.000 hat immer 64 Millionen Stimmen, waren es, oder? Die haben in Deutschland doch nicht. Mal 0, Haben in Deutschland 64 Millionen gewählt. Warte. Das bin ich gerade verarschen. Warte. Bitte, sag mir eine Zahl. Wie viele Leute haben Kreuz gemacht? Wie viele haben Kreuz gemacht? Bei Tierschutzparteien und so. Ah, ne, Prozent. Aber wie viel ist das in absoluten Zahlen? Also in Deutschland waren es 64. Boah krass, in Belgien haben 89% der Bürger gewählt. Wahlberechtigte Deutschland muss ich googeln. Also wir müssen googeln, wie viel Wahlberechtigte Deutschland Kann man nicht sehen, wie viele Stimmen das sind? Wahlberechtigte Deutschland 2024. 64,9 Millionen Wahlberechtigte. Das klingt schon besser. Und davon 64%. So, warte mal. 64,9 Millionen Wahlberechtigte mal 0, hier war es. 64,7,8 42 Millionen Menschen haben gewählt in Deutschland und das mal 0,006. 250.000 Leute reichen für den Sitz im EU-Parlament. Und 250.000 Leute, weil es ja bundesweit dann gedingst wird, die Partei wählen bis im Europaparlament bei der Wahrbeteiligung. 250.000. Das ist viel, oder? Die für dich irgendwo hinlaufen, Kreuz machen, Alter. Ja, aber ich glaube, dass viele Beispiele, viele Leute, die Partei, die sie wählen, beim Europaparlament einfach ankreuzen. Guckst da. Ja, du brauchst da einen catchy Namen. Die Partei des Fortschritts, Tierschutz, diese Tierschutz, also kannst du mir nicht erzählen, dass 600.000 Leute vorher reingelaufen sind, ich wähle heute die Tierschutzpartei. Ich glaube, die sind reingelaufen, gucken irgendwas, SPD mag ich nicht, die mag ich nicht, die mag ich nicht, die essen Kinder, die trinken Kinder, die schlürfen die, die vernächten die. Guck ich, oh, Tiere, die essen keine Kinder, nur Tiere ankreuzen. Zack, Abfahrt. Weißt du? Ich glaube, der Name zieht auf jeden Fall und natürlich auch die Positionierung in der Liste. Ich glaube, ich hätte die Partei gründen sollen, Alter, Ausländer für Deutschland, Alter. AfD auch. Der Name der Partei ist voll catchy, was ist so demente Rentner? Was wähle ich denn heute? Ah, die Partei, dann kreuzt die einfach an. Weißt du? Oh, wie mich das aufregt, Alter, wir hätten jetzt richtig schön in Luxemburg chillen können, Alter. Wann ist die nächste Wahl? Genau, in fünf Jahren wieder. Alter, wie dort auf die Nüsse geht, Alter, jetzt können diese Bastarde da fünf Jahre lang chillen und fett abkassieren, Alter. Wir müssen immer noch Glühbirnen auswechseln. Ey, das riecht mich so auf, Alter. Ich glaube nicht, dass du jemals in deinem Leben eine Glühbirne gewechselt hast. Alter, ich hätte so gern dankwiesen, Alter. Vor allem brauchst du nicht mal Anwesenheitspflicht, Alter. Das ist so pervers. So pervers, Alter. Aber glaubst du, neu wollen? Deutschland? Weil das war eigentlich das, worüber wir reden wollen die ganze Zeit, Alter, mich das gerade aufregt, Alter. Ich wäre einfach EU-Abgeordneter, Diplomat, kann einfach Leute überfahren, Alter, und keiner kann was machen. Ich habe Diplomaten-Kennzeichen. Ich bin Diplomat. Halten Sie den Autofahrer. Nein, Diplomat. Digga, die würden spätestens nach dem ersten Toten deine Immunität sowas von aufheben. Weiß ich, was du dir mal vorstellst. Du denkst immer so, GTA, sobald man ein Ding ist. Digga, wenn du einen Menschen tötest, deine Immunität wird aufgehoben, dein Arschloch wird aufgerissen, Glühbirne, die sie entdecken, an deiner Prostata wird noch einmal gewechselt, wird noch einmal gewechselt, und dann kommt Scholz persönlich und pisst dir ins Arschloch, Alter. Letzte Amtshandlung. Ja, okay, dann fangen wir jetzt nicht bei Töten an, aber ich könnte jetzt Acai klauen oder so. Hallo, Sie haben geklärt. Ich bin eher Beamter, Alter. Ein bisschen Entspannung, Alter. Ein bisschen Respekt, Alter. Was war das, Alter? Ich bin Beamter, ein bisschen Respekt, Alter. Beamte. Nicht Beamter, ich sage das Falsche. Das ist doch nicht Beamter. Beamter kann doch nicht Leute anspucken. Diplomat meinst du? Diplomat, genau. Ich sage, Leute, ich bin für die EU, ich setze mich für eure Rechte ein. Bist du nicht von der AfD? Ja, aber von dem guten AfD, für Ausländer, für den Jüten. Läuft das jetzt? Kriegst du ihn umsonst, oder? Ah, Digga. Nein, aber Leute, ich meine wirklich Gedanken. ganz kurz, glaubst du, weil das ist eigentlich noch, glaubst du, dass Scholz die Eier hätte, Neuwahlen zu machen? Natürlich nicht, Mann. Digga, so einfach. Vertrauensfrage im Bundestag, also Neuwahlen macht ja dann der Bundespräsident, dann lest du das Parlament auf, aber glaubst du, dass Scholz jemals die Vertrauensfrage stellen würde? Wenn er, aber wie stellt man die denn? Man stellt die ja dem Parlament, nicht dem Volke, oder? Wem stellt man diese Vertrauensfrage? Ich weiß nicht, wann haben wir in Deutschland direkte Demokratie natürlich nicht dem Volke, Alter. Also dem Parlament. Parlament, möchtet ihr mich vertrauen? Dieses, so ist das dann. Vertrauensfrage stellt er. Ja. Da wird abgestimmt, von den 700 Abgeordneten, 600 irgendwas, die da sitzen. Wenn die abstimmen und sollte er die Vertrauensfrage verlieren, kann der Bundespräsident den Bundestag auflösen, Neuwahlen. Was für ein Haufen Scheiße, Alter. Ich kann es nicht fassen. Ich kann aber auch zurücktreten und die SPD oder die Ampel kann neuen stellen. Ich kann es nicht fassen, Alter. Diese ganze Regierung, alles, was wir haben, einfach auf so Kreuzchen in der Schule basiert, Alter. Ich kann das nicht fassen, Alter. irgendeine Grüße gehen die da rein. Geben wir ihm ein Gräz. Aber sitzen die da und können deine Nebenkostenabrechnung versechsfachen, Alter. Das ist... Ich brauche noch irgendwas dazwischen, Leute. Irgendwas dazwischen. Irgendjemand von einem ganz entfernten Land, der so nichts mit uns zu tun hat, muss so drüber gucken. Irgendso ein Beamter aus Nauro oder so. Oder aus Tahiti. Irgendwas, der keinen Dog in the Race hat. Der muss einfach gucken. Bruder, what is this, Bruder? Du glaubst, das ist gut? Bruder, this is Hirn amputieren, Bruder. Der Chimpanzee. Gut, Parlament nicht zugelassen. Irgendwas muss dazwischen sein, zwischen Kreuzen der Turnhalle mit grauem Stahl und Nebenkosten verachtfachen. Da muss irgendein Puffer sein. Wir brauchen irgendeine Kontrollinstanz. Dazwischen ist ja ein Puffer. Gibt den Puffer? Dazwischen so. Kein Puffer? Kein Puffer? Parlament, Bundestag, Bundesrat, Regierung, Ministerpräsidenten, Landtage, Kreistage, Gemeinderäte, Ortsräte. Es gibt Durchförderismus, es ist ja alles da. Es muss einfach nur wählen gehen. Ich weiß, es gibt nicht schwer, wenn man in der Schweiz ist und ich weiß, wo die Turnhalle ist, aber jetzt einfach wählen gehen können. Anstatt diesen Naurotypen einfach zu bestellen. Geht die. Ne, aber sagt uns auf jeden Fall, was ihr gewählt habt, weil ich bin wirklich sehr, sehr betriebs und sehr, sehr beunruhigt über unsere Zukunft. Aber sagt uns auf jeden Fall, was ihr haltet von dieser Wahl und ob das dem Bundestag, ob die da alle Stimmen holen werden oder nicht. Das hast du eigentlich mit deinem Auge gemacht, Alter. Alter, keine Ahnung, irgend so eine Wespe hat mich gestochen, Alter. Das fickt komplett meinen Kopf. Irgend so eine dreckige Wespe hat mich hier gestochen auf meinem Augenlid, Alter. Ich bin die ganze Zeit so angeschwollen. Das fällt die ganze Zeit so zu, Alter. Das ist so Karl-Dall-Modus, ne? Rest in Peace, Legeni. Karl-Dall. Karl-Dall, du bist in Legeni, Karl-Dall. Karl-Dall. Bist du mal. Alle sind die Fotos gekauft. Deswegen schallt doch am Freitag ein. Ne, am Freitag reden wir nochmal intensiver darüber. Ne, am Sonntag. Heute ist Freitag. Du bist komplett auf Crack, oder? Ja, und dann achten wir da drauf und schauen uns ein, ob es da genau abgeht. Ja, meine Damen und Herren, Salim ist von der Wespe gestochen worden und hat auch eine schwere Allergie, wie ihr wissen müsst. Deswegen brauchst du jetzt ein bisschen Schleif. Schleif. Schleif gut gebrüht. Das war wieder mein X-Chay-Chay.